Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgensiakum von Infrakta und ich bin in Deadlight Directors Cut. Ja, ich tippe wieder auf so ein postapokalyptisches Spiel, vermutlich wieder irgendwas mit Zombies. Deadlight, die Optik hier vom Hintergrundbild. Das sind so dezente Hinweise. Was mir gefällt ist direkt, Unreal ist meistens ein Hinweis darauf, dass wir es mit einem Entwickler zu tun haben, der halbwegs weiß, was er treibt mit 3D und DeepSilver dürfte hier der Publisher sein, My Tequila Works ist der Entwickler. DeepSilver hat eigentlich immer ganz gute Spiele, aber gibt es die eigentlich? Ich dachte, die wären auch weg. Ach nee, stimmt, DeepSilver war ja das Label von Koch Media, die wurden ja geschluckt von THQ Nordic, also beziehungsweise Nordic Games und die wiederum wurden ja, glaube ich, nee, die sind nicht geschluckt, das ist nicht eine swedische Firma, glaube ich, die heißen eigentlich Empracer. Manchmal ist es ein bisschen seltsam, da noch durchzublicken, aber die gibt es noch, also das Label, beziehungsweise wahrscheinlich ist es immer noch eine eigene Struktur, bloß ein Sitz. Ja, jetzt habe ich auch, auf jeden Fall gibt es DeepSilver noch. So. Just like Sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Why? Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. The Sharks are drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than five miles west. Let's get out of here! Come on! I'm not leaving my sister here all alone! Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella. Get out of here! Get to the scene! I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them! That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy! Good luck, Randy! The body is full of bites and bruises. She's been shot point-blank in the head. The wood is rotten and the planks are weakened. My weight won't break them. Maybe I can find something heavy enough inside the warehouse. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Let's try and Jade stun. No, you Wilson! We'll nobody have fiveiks to eat. And the 이건 you gotta' go find the morale of the police. We've alsoBen Gordon? Power behind the scenes? Come on! Was ist das? Oh, come on! UNTERTITELUNG TREADER 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ben and the others made it out. They deserve better than this world. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich könnte jetzt sogar da sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist es. Das ist was derzeit von unserem Welt. Das ist die Worte zwischen Menschen und Schäden. Ein Blick auf was wir geworden sind. Bloody hell auf der Erde. UNTERTITELUNG 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 I found a firefighter's axe. Thanks buddy. No time to waste. 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 Lydia? No. I must be tired. My mind is wandering. No time to waste. No time to waste. No time to waste. There's too many of them. No time to waste. No time to waste. I can hear something. I don't understand man. If he's already dead, where do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on them. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Ways a ton. Hey buddy. What last longer? A bricklayer's house or a carpenter's house? I bet you a hundred bucks you can't solve it. Carpenters? Listen. When someone asks you something like that, you just answer. The toughest house is the gravediggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. What did they mean keeping an eye on the survivors? Orders from who? Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Agh! bzw. Ow! Ahh! Uhh. passer Die News war richtig, dass etwas großartig ist in der Stadt. Die Leute in der Krieg waren gegen die Schäden, die Militär und der Kamon-Mann zusammengegangen sind. Es war nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Okay.